Musik 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 Scheiße, der hat um die Decke gewischt Musik So Aber wie viel Essenzen wir hier bekommen, ist ja echt Eigentlich auch Unnormal, Alter Ich bin grad um die Ecke Die treffen alles Kann nicht sein Boah Musik Musik So Jetzt ging es erstmal Da hinten weiter Da haben wir ein Zombie Sind die Meint ihr, die Burgen sind gleich aufgebaut Ok, sieht schon mal so aus So Da war ja was drin Äh Das da kann da rein Wo war hier denn so ne Kiste Ah ja halt Ah ja halt Das da kann ja auch da rein Pass auf So Hier kommt ein Zombie Boom 17 Ok Diesmal ist hier Ich weiß nicht Also ich glaube von Monstern her ist es ein bisschen unterschiedlich Aber so vom Ähm Also ich glaube dass es vom Aufbau her genau identisch sein wird Kann ich mir zumindest vorstellen Also ich denke nicht dass es da großartig Pfff Irgendwas anderes ist Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen Oh da Läuft Meine Nase Was Von wo Du da oben Alter Dich mag ich ja überhaupt nicht Oh jetzt kommt das da Woll ich erstmal denn da runter Ja klar da kommt gleich mal ein Arscher mit Alter Alles andere interessiert mich jetzt mal nicht was da oben ist Ach Gott das schneit Ok Das ist ein Arscher Das ist ein Arscher Das ist kein Arscher Aber das da Ne das da Das da glaube auch So Das sind jetzt alles Arscher da drin Ffff 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 So Jetzt kann er kommen wie er will Ffff 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 da oben ist an einer der kommt habe ich gar nicht gesehen so tschüss der da oben ist der auch weg sein finde ich gut was war denn da hinten ist ein skelett weg mit ihr weg mit ihr weg mit ihr jetzt verbrennst du voll gewonnen hier kann ich dann gleich hoch weiß ich nicht was es ist mir aber egal ich nehme es trotzdem mit so hier war doppelkiste das habe ich ja schon mehr habe ich ja eigentlich alles schon halt da ist leer zu dann geht es mal zurück ich tue wieder was essen nachdem mit dem gut pro nicht gut es kommt der wieder mit seinem scheiß Friesen Schwerer die Essen 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 ich hab ihn eis darf den mit dem ausprobieren wenn ich weiß ob es in art ist oder nicht nicht kein art okay das finde ich jetzt schlecht das finde ich jetzt schlecht zu viel des guten da unten ist ja nichts mehr gut so gehe ich wieder im kreis ich glaube ich spanne einfach mein bogen länger weil dann krieg ich die auf zwei dauerung ist glaube ich besser oh gott wie die leckes neu born das glaubst du ja gar nicht ich werde wieder getroffen alter das selbst ein zombie macht mir schaden nein 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 alt ich brauche mal ganz kurz ein elektrik ich bin der hielt nicht mehr so lange so heißt und vielleicht den kraften denn sobald ich er weiß müssten ja jetzt